Kann ich den Kommentar... Ja, kann ich anheften. Jetzt habe ich den falschen Kommentar angepinnt. Jetzt kann ich die Zeit entstellen, wie lange das angepinnt wird. So, jetzt kann der Chat weitergehen. Jetzt habe ich das mal angepinnt. Ich weiß, was wir später brauchen. Und zwar eigentlich genau jetzt. Ich habe sehr viele Samen. Ich habe das mal angepinnt. Ich habe das mal angepinnt. So, ja, es ist nachts. Wir gehen erst mal schlafen. Ich habe das mal schlafen. Ich habe das mal schlafen. Ich habe das mal schlafen. Hier ist ein Fisch. Wo sind denn die Koordinaten? Hier ist ein Leuchtturm. ... ... ... ... ... ... ... ... 150 Vielleicht früchte ich gerade noch nicht hin Das ist aber die Prämie Bestimmt hin nachdem wir den Elsbächer besorgt haben Ok genau anders Mitten in der Finsternis Sobald wir das Elsbächer durchkommen können wir da wahrscheinlich hin Wir markieren ihn und dann fahren wir geradewegs 150 minus Das waren noch die Koordinaten oder minus 150 150 Hier gibt es noch ein anderes minus 150 Nicht wirklich Das ist Das ist Das gäbe es noch. Hier unten. Das macht wirklich keinen Sinn. Das dort oben macht mehr Sinn. Das sieht aber nicht aus. Ich schmeiß ein Ding um mich. Minus 150. Und genau hier würde ich sagen. Die Rute ist jetzt mal rüber zum... Zu Albert's Werft. Dann holen wir den Eisbrecher. Ich muss ihn hoffentlich auch gleich anbringen. Dann geht es weiter. Wie steht es um die nächste Mahlzeit? Brauchst du Hilfe? Es ist mir leid. Ich habe etwas für die anderen gebacken. Du darfst es verteilen. Apfelkuchen und Fisch. Oh, wow. Cool. Nehmen wir Käse. Das haben wir leider nicht als Rezept bekommen. Denn es ist auch so eine Süße. Auf jeden Fall. Igel sind immer irgendwie süß. Apfelkuchen sind Fischemanskuchen. Das konnte ich nicht backen. Wenn es war... So. Wo ist... Unser Froschiger Freund. Es ist ein Marscherer. Sie ist satt. Ah, hier. Hey. Hast du die... Ja, halt. Halt. Moment. Bäh. Portionsgrusseppchen. Das wird unwiderlich. Das dampfende Kiricht. Bäh. 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 Okay. Es ist nicht mehr er. Okay. Damit können wir es wegschmeißen. Das neben Atole ist... Fischemans Pie. Normale Mahlzeit altmodisch. Ein ziemlich traltes Gericht, das nicht nur von Fischern verzerrt wird. Küss dich drauf. Hat dich richtig Appetit. Unsere Feinschnuckern. Ich habe ein merkwürdiges Gefühl. Ich habe ziemlich großen Hunger. Dann, wie wärs mit einem Apfelkuchen? Mh. 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 Wich dir extra was Feins geben? Mh. Ein Frissfisch. Mh. 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 Also wenn Ertrue etwas nicht essen kann, dann kann es keiner essen. Das ist ja wohl mal klar. Wir sind noch auf dem Kurs, ok, hier kommt dann mal ein Drachen vorbei. Was schnell, ein Gewitter, hab keine Angst mich zu verlieren, ja, ok machen wir es, warum nicht. Dann wird er ein bisschen Blitze fangen. So, inzwischen ist das hier ziemlich hoch. Jetzt ganz nach unten. Da sind sie zu, wenn wir, die Gesichtspannung nach unten sind. Dann gehen sie auf. Dann gehen sie zur Entdeckung nach unten. Dann gehen sie an, um das auf. Dann gehen sie an. Dann gehen sie an. Dann gehen sie weiter. Was wir mit dem Blitzen machen können, weiß ich auch noch nicht ganz, aber... Was wir mit dem Blitzen machen? So, ich habe sofort pausiert. Ich hoffe, es ist nicht zu viel verpasst worden. Ah, jetzt siehst du hier drei Drachen. Da waren nur stehen, da sind nur stehen geblieben. Wir können wohl nicht weiterfahren. Und meine Drachen wieder. Ich muss ihn aus dem Weg räumen. Und werden festgehalten. Und wieder einmal. Der Dacher ist zurück. Ich würde gerne weiterfahren, wenn es geht. Und daran helfen können wir später. Ah ja, jetzt geht es weiter. Durch das Gewittergebiet. Das Gewitter im Game hat mein Internet auseinander genommen. Aber jetzt läuft es ja wieder. Da haben wir wieder zwei Minuten Stream. Angeln haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Irgendwie können wir mal wieder angeln. Da können wir ein bisschen Fisch angeln. Ne, Fischspeisen zu bereiten. Als ob uns das Essen ausgehen würde. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Nein, da passiert noch ein weiterakan. Nein, gerade kein Faden. Nächster mal Spiel zu. Nun rüber. Ich muss hier mal ein bisschen wieder das ganze Zeug vom Schiff abmachen und hier nur Muschelschalen. Unser Schiff muss schöner werden und ein paar Miesmuscheln um aufzubereiten. Äh, ich weiß nicht, dass die Stream-Elemente ist. ist der bot wenigstens da und hat er sich auch was gelockt ich weiß es nicht ja wir können schweinefleisch kochen veganer bitte einmal weg ok weiter geht die reise ok ja herr mit deinen fäden kaffee und das meis muss auch mal geklassen werden kaffee 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 Nichts zu mogen. Man hat ein Stück auf den Weg, verdammt. Das ist nicht gedacht. Ich stelle mal die Behaftung an. Ach, können wir noch mal. Vielleicht noch die Koordinaten. Die sind jetzt natürlich auch gelöscht. Oh, hallo ein neuer Chatter oder Chatterin. Hallo vom Gay Person. Happy Pride Month. Happy Pride Month Gay Person. Schöne Vorstellung. Ich kann deinen Namen nicht. Ich kann deinen Namen nicht. Ich kann deinen Namen nicht. Ich bin nicht so gut in Englisch. Ich habe eine neue Chatter. Are you able to text? In German? Juhu... 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 Warte uns, wie... Pronounes... Juhu Name! Ist da mein schöner Garten? Klopf, klopf. Wer ist da? Anna. Anna, wer? Ananas. So, danke fürs Dagewesen sein. Es war ein schönes Dream. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Oh Gott, die Wärze sind wirklich schlimm. Willkommen in meiner Werft, junge Reisende. Wo meine Preise die besten Freunde jedes Kunden sind. Also was brauchst du? Verbessern. Kannst du den Eisbrecher? Der Eisbrecher. Das können wir aber noch nicht. Oh je. Leinstoff, Seelenblume, Schiefer. Ich meine, Eiselwärme können wir herstellen. Aber Eichenbretter können wir herstellen. Wo kriegen wir eine Seelenblume her? Ich glaube, so weit sind wir noch nicht immer Abenteuer, als wir das können. Seelenblume, aber jetzt absolut noch gar nicht. Bretter können wir dafür herstellen. Ich glaube nicht, dass wir das Geld für. Okay, stellen wir mal Bretter her. Das brauchen wir einerseits für den Briefkasten, andererseits für die andere Sache. Ich glaube, die Koordinaten können wir erstmal vergessen. Da werden wir nicht hinkommen. Ich weiß absolut nicht, wie ich eine Seelenblume herstelle. Dann müssen wir den Kompanion später mitnehmen. Da werden wir nachher vergessen. Ach so, Siegwerk. Vielleicht mal die 50 voll machen, wenn wir schon da sind. Es dauert jetzt ein Weichern. Ich hoffe, wir können dann nochmal zu ihm, die noch mal nach den Koordinaten fragen. Bis so, dass dann Sonne in der Lage da zu sein werden. Das kann auch dauern. Oh, fast perfekt. Wow, perfekt. Du bist immer besser am Segen, sagte er. Du könntest jetzt hier üben. Üben, mach den Kleister. Und unser Neuling, hast die Sprache verschlagen. Vielleicht im ersten Mal. Ja, er hat wohl erkannt, dass hier Deutsch gesprochen wird. Ähm. Tut mir natürlich leid. Das ist für die neue Person, die hier reingekommen ist. Nein, teilweise mach ich das ganz gut. Okay, sind wir jetzt. Ich gebe jetzt hier ein bisschen. Gib's dir Mühe. Immer. Machen wir hier ein bisschen Übung. Ja, versteht's Mühe. Ich stand auch mal auf meinem Zeugnis. Oh, perfekt. Ich bin jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 1 Stunde später Ach Trügel was von uns Die Wissenohren Dafür von einem Fieber hier Gesägt haben Wir wollen eine Aufbesserung Für die Kombüse Fast geschafft Das Seegewerk läuft doch hoch Massenbetrieb hier Nice Was fehlt denn dazu von uns? Du hast dich im Seegewerk hier ganz schön reingehängt Das gefällt mir Arbeiterledigen Das neues Lernen Da du jetzt Material hast Könntest du mir vielleicht ein Haus geben? Fertige schneide Kiskitz an Schau dass nichts ausgefallen ist Ziemlich simpel Und ein paar Scharnieren hier Und ein paar Nägeln dort Oh Du hast schon ein paar Materialien Um etwas bis 2 Das ist nicht nur für mich Sondern auch für die anderen Anscheinend schnarche ich nachts Und es wird ziemlich laut Wenn es nach Deiner Freundin werden geht Na endlich Ich habe schon gedacht Du wirst ständig In der Im Gästehaus schlafen Im virtuös da ist Zeit Das machen wir Atoll den Haus bauen So gießen natürlich noch Okay Okay So ein kurzes Spiel Da spielst du hier vorne Und hier oben weiter Oder was Nein Oder Bettezeit Oder was Süpfen Oder Hummeratul Hm Ein Appetit Ich habe hier Appetite Herbschen Nicht Reis Das Wort mache ich nicht Wir bleiben hier erst noch auf Anker Okay Ein Haus Atoll ist Werkstatt Natürlich Eine Werkstatt Die schläft einfach in der Werkstatt Was hier oben drauf stellen auf die Die ganze Geschichte Dann stellen wir es hier drauf Bitteschön Es wird sich immer höher Es gibt eine Leute die geht fast durch bis nach oben Fast Ein bisschen unnustig Seh dir das mal an Es ist perfekt Keimlich Und riesig Es wird Platz für mich kleinen Kerl Ich kann es kaum erwarten ein Näckchen zu halten Es ist wirklich großartig Vielen Dank Das werde ich hier nicht vergessen Hey Hast du dich Sei dein Mann Ich komme böse habe ich mich nicht vergessen Kann ich bloß nicht kommen Ich kann es bloß nicht machen Ich kann es bloß nicht machen Ich kann es mal nachgucken Nein Diese Leiden die kann man noch nicht machen Ich bin mir klar Ich bin mir klar Ich bin mir klar Wenn es nicht um ich bin mir klar Ich bin ich Amen.